Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich mein Leben hätte führen können. Manchmal ist es nur eine einzige Entfreidung, die das Schicksal in eine andere Richtung lenkt und zu einem ganz anderen Leben führt. Wäre mein Leben dann besser gewesen? Oder einfach nur anders? Hätte ich mich immer wohl gefühlt? Oder mich vielleicht auch mal gefragt, bin ich hier eigentlich richtig? Hätte ein anderes Leben vielleicht besser zu mir gepasst? Ich bin jedenfalls froh, Menschen um mich zu haben, die mich in wichtigen Momenten gut beraten. Wie auch immer du dein Leben leben willst, wir sind dein Coach in allen Finanzfragen. Deutsche Vermögensberatung